Hi, ich bin's wieder, Mella vom Therapie- und Rückenzentrum in Superfürth. Heute habe ich mal eine Frage an dich. Hast du vielleicht Probleme mit dem Rücken? Hast du das Gefühl, du bist unbeweglich, möchtest deine Beweglichkeit verbessern? Oder hast du das Gefühl, durch deinen langen Bürojob, du wirst unbeweglich und hast das Gefühl, du bist steif morgens? Da habe ich genau das Richtige für dich. Wir bieten nämlich jetzt bei uns einen Präventionskurs an für unsere Fight-Serie hier, die man schön sieht bei mir im Hintergrund. Kann man bei uns jetzt, wie gesagt, über diesen Präventionskurs nutzen. Das Perfekte daran ist, die Krankenkasse ist so nett und bezahlt einen Teil davon mit. Sogar nicht relativ wenig, 70 bis 80 Prozent übernimmt die Krankenkasse. Das heißt, du hast die Möglichkeit hier für wenig Geld, unseren Five-Zirkel-Konzept nutzen zu können. Deswegen ruf am besten schnell an oder komm vorbei, weil es ist eine bestimmte Teilnehmerzahl hier. Schreib dich ein, nutze diesen Vorteil von der Krankenkasse und tu was für deine Gesundheit. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und sage bis dahin, eure Mella. Ciao. Ciao. Ciao.